Menschen, die unter Einsamkeit leiden, im Augenblick wünsche ich, dass sie diese Einsamkeit vielleicht auch als eine Chance für sich selber nutzen können, stärker sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, vielleicht ihrem Leben auch eine neue Orientierung zu geben, sich den ganzen Gefühlen zu stellen, die mit dieser Einsamkeit zusammenhängen und dadurch vielleicht auch ein Stück freier zu werden.